Herzlich Willkommen zu Bärshow 126 am 9. Dezember. Wir reden heute über Familie. Familie ist extrem wichtig, also erst recht zu Weihnachten. Erstens, man kriegt Geschenke. Zweitens, kochen die vielleicht für einen, das macht es natürlich auch viel leichter. Ja, nee, man scherzt, also Weihnachten ist Familienfest auf jeden Fall. Kann auf Dauer aber langweilig werden, nur Familie zu sehen. Deswegen muss man gucken, dass man seine Freunde irgendwie zusammentrumpelt. Auf Dauer hält man das echt nicht aus. Ich kenne das wirklich. Das ist schlimm. Du hältst auf Dauer das nicht aus. Du hockst dann drei Tage daheim, weißt du, Heiligabend. Erster Weihnachtstag und dann noch zweiter Weihnachtstag. Da hockst du rum und denkst dir nur, ich glaube ich nehme noch mehr von der Bohle da drüben. Weißt du, du bist echt nur am Saufen dann, weil du keinen Bock drauf hast. Aber naja, Familie. Wichtig. Ganz wichtig.